Ja, willkommen zurück zum dritten Teil. Eigentlich war es gar kein dritten Teil geplant, denn ja, was soll ich sagen, mein ETS-2, beziehungsweise nicht mein ETS-2, sondern mein Steam, hat sich verabschiedet. Keine Ahnung warum. Das heißt, hat Steam öfters davon, dass bei mir im Fall mal, ja, er meint, ich hätte kein Steam mehr. Kann aber nicht sein, denn ich habe Steam. Ja, deswegen, keine Ahnung, ich werde mich da mal erkundigen, was das soll. Vielleicht muss ich ja noch mein Steam wieder neu installieren und wo noch mal ein Update da draufhauen, gescheites, das ist jetzt mal wieder kapieren. Ja, jetzt sieht ihr, gut, ich habe jetzt nicht viel verloren. Aber normalerweise wäre ich schon an meinem Team gewesen und ja, deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen scheiße. Aber gut, egal. Deswegen gibt es jetzt auch nochmal einen dritten Teil, wo ich eigentlich nicht wollte, aber naja, gut, okay. Egal, was soll's. Ja, in dieser Zwischenzeit werde ich dann, ja, ihr habt es ja vorher schon mitbekommen, ich werde da eine kleine Pause machen. Denn, ähm, es geht ja nicht anders. Denn ja, ich habe heute noch nichts gegessen und deswegen werde ich dann auch gleich was essen. Oh ja, jetzt merke ich, was abgeht jetzt, jetzt merke ich es richtig, denn hier schnell die Hölle los. Und das ist wieder Rotterdam. Schlimm, schlimm, schlimm. Deswegen, man muss hier ein bisschen vorsichtig sein, was man fährt. Denn ich versuche ja... Schau. Hallo? Leute, ihr wisst gar nicht, ich habe alles auf Video. Das heißt, hey, was ihr da gerade veranstaltet habt. Oh, wenn das Trug ist in PC, Leute, ihr seid sowas von Felisch. Aber gut. Mihai, Suciu, dați, dați-o restart. Ich komme in Bezhen, dați rein und von daher... Aia auzit, Suciu, dați restart. Isto mir das auch egal, infanziert. Unde, la Joc sau la Discord? In Care. La Discord, la Discord, ca să ne auzi. Jungs, ähm. Ce? Wäre mal ganz gemein. Ja, fahr hier rein. Ja, meine Freunde, wie ihr seht, ich bin bereits an meinem Ziel angelangt. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis dahin, stay positiv, positiv denken und bis dann. Ciao, ciao.